Einen wunderschönen guten Morgen Freunde. Heute geht es endlich mal wieder los. Ich fahre heute mit meinem Bruder nach Scharbeutz auf zur Ostsee. Wir wollen einmal in der Ostsee baden. Ich bin jetzt gerade schon losgeradet, treffe mich mit meinem Bruder in Wilhelmsburg. Ich hoffe, er ist auch rechtzeitig am Treffpunkt, damit wir dann direkt durchstarten können. Das Wetter ist natürlich wieder kaiserlich, aber verdammt windig. Mal gucken, wie uns der Wind begleitet und uns das Wetter in Ruhe lässt. So, ja, wird es gut werden. Heute wieder 29 Grad. Ja, das erste Tourabschnitt geht durch die City. Muss man mal sehen, wie das so läuft. Da werde ich wahrscheinlich dann auch nicht ganz so viel filmen und dann aber so nach 30 Kilometern, 40 Kilometern sollten wir aus der Stadt rauskommen und dann so über Land, so langsam Richtung Scharbeutz. Genau. Frauen und Kinder fahren mit dem Auto hin. Das heißt, wir brauchen nur die eine Tour fahren. Wir fahren hin. Sind von mir aus 115. Lars hat so ziemlich genau 100. Knapp unter 100 Kilometer zu absolvieren. Und genau, ich nehme euch wieder mit. Los geht's! So, jetzt geht's jetzt zum Treffen. Mal gucken, ob der kleine Scheißer da ist. Wir treffen uns hier an der ehemaligen Weichstraße. Wo Scheife schiebt man wieder gar nichts, was für zu bindig ist. Mal gucken, ob er pünktlich da ist. Mal gucken, ob er pünktlich da ist. Mal gucken, ob er weichstraße. Mal gucken, weil ich nicht ganz schön. Mal gucken, werigst du oder was? Mal gucken, ob es für dich sondern auch immer besitzt. Aber ich werde nicht, dass du hier wirst. Das sieht doch nicht so. Doch, da vorne könnte er sein. Ja, Moinsinn! Da ist er! Der Lüde! Alles klar? Und selbst? Fit? Läuft! Es geht ab, es ist voll windig. Ja? Ja. Tasche abgelegt. Top! Los geht's! Auf geht's, auf geht's! Bam! Es werden eh Aufnahmen ohne Ton. Es ist zu windig auf dem Rad. Ja. Verstehst du immer nix. Auf geht's! Ja. Ah. Das ist links glaube ich. Musik Musik